Moin Leute! Herzlich Willkommen hier zurück auf Gemeinde Rade! Guckt euch das an! Der letzte Schwart! Ha! Wir haben es geschafft! Kein Segen, ne? Letze Born! Das war's dann eh mit den drei, die Schwart... Alter, nein, das ist ja ungeräumt, alle. Wenn ich mit Resch, was da steht, dann kommt, wir müssen gleich in den Klima dabei. Ja, ist egal, mach mal gleich. Dass der da mal ein bisschen vorankommt. Wie laufen wir denn das fast? Wie steht hier rum? Weil der hier AC ziemlich lange Wege hat, ne? Also das ist nicht nah zu weit. Oh, das Bläuchchen, hast du gesehen? Der hat 211.000 Liter hat es noch gegeben. Oh, ich hab jetzt mal vor und zwar... Ich hab jetzt nicht gesehen. Ich hab jetzt gesehen. Ich hab jetzt gesehen. ich hab jetzt gesehen. Ich hab jetzt gesehen. Ja, Shirin... Ich hab jetzt gesehen. Blinke-Kollege. Ja, 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 ja. Alles gut, das ist gut. Ja, das geht jetzt nicht aus. Hier ist der Kuhnereckfall. Jetzt wollen wir in den Siegelbeinknallern. Mal dazugecken und was anderes. Das machen wir jetzt am zweiten. Da ist das schon voll. Das ist ja gut. Das ist sicher nach vorne. Das hat schon mal geklappt. Boah, der ist nicht unser Schlicker. Wollen wir kaufen, aber wir haben keine Kugel. Was sagst du denn? Ist nicht schlecht, ne? Im Moment haben wir keine Kugel für sogar. Nach vorne. Am vier! Das ist ja einfach um eine Kugel zu fahren, ja? Das ist so, ne? Solche Momente miles. Wir machen ein wenig. Da sieht sich nichts vor. Das liebe ich auch so auf dem Marsch. Es ist immer irgendwie gefunden, hier und da. Da kommen die ja alle entgegen. Das ist so hell. Ja, da besorgen wir gleich hier. Nee, du konntest ja mal den Ball neben vorne. Nee, das ist gut. Ja, das ist so. Ja, das geht jetzt nicht. Ja, das geht jetzt nicht. Ja, das geht jetzt nicht. Wir gehen sowieso in den Plattfalzen. Jetzt brauchen wir hier noch einen Käse. Ja, das ist ja nicht so. Ja, das ist ja nicht so. Ja, das ist ja nicht so. 408.000 Liter sind hier. Ja, das ist ja gut. Das ist ja nicht gerechnet. Stein mir eben aus. Oh, 408.000 Liter, das ist ohne. Kannst nichts gegen so. Ja. So, die kippen da auch eben noch drüb. Dann ist das hier auch Geschichte. Wenn du vorkommst, ne. So, können wir den auch wieder an der Seite fahren, ne. Gibt mir doch mal ein Wäscherchen vertragen, ne. Aber wir haben da auch keine Zeit für den. Jetzt sekt ihr. Und echt drogi. Ich würde vorschlagen, ich fahre mir gleich mal rüber. Äh, ne. Dann kannst du da so ein bisschen noch mit abfahren, wenn wir mal zwei davon machen. Aber erstmal machen wir jetzt das andere fertig. Jetzt sagt mir, mein Silo ist voll. Mal gucken, wie wir das jetzt machen. Dann. Ja, wir müssen das jetzt hier eben fertig machen. Es nützt jetzt nix. Vorher läuft hier auch nix. Das muss jetzt mal nix sein. Das muss man am nächsten Mal mal belögen. Und wieder da am nächsten hinkriegen, ne. Das ist mir vor. Dann werden wir mal ein zweites, oder? Wahrscheinlich verklappern, ne. Wahrscheinlich verklappern, ne. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das ist schon ein bisschen. Jetzt ist es ja ein bisschen in Form, ne. Wir haben hier immer rein geschossen, ne. Wie wird das hier noch ein bisschen? Wir haben GPS. Wir haben GPS. Wir haben. Was wollen wir denn? Weißt du, wie wir die? Wir haben uns erstmal wieder. Was schön mal wichtig. Wollen wir auch hier das zu spät bekommen, ne. Wollen wir auch hier das zu spät bekommen, ne. Ja, ja. So wurde diese Walze, ne. Mit der Knicklenker, ey. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Aber sie macht hier einen Zweck, ne. Das ist das Wichtigste. Was wollen wir sonst mehr hin? So, das ist bestimmt ganz viel fest. Ja, ja. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Ich gehe mal um 5 Tage zu tun. Schick gefangen, würde ich nicht sagen. ... Ja, ich gehe mal aus. Ja, wir gehen auf. Ich gehe mal. Ja, ich gehe mal an. Das факt... hüpfen wir eben raus oder auch nicht wie können wir er machen er gehe vor dich hin schickere wir auch so schnell nicht so wieder mit häxern und so die so viel unter die Brüder ist ein Problem hier da wird auch jetzt sind alle wieder vorne schickere Ah, ne, du Wacken und Kugel. Wartler, da bin ich auch mal eben durchgegeben, die Schuben läuft. Das ist jetzt ein großer Ort, aber, ne? Aber kicken wir nicht. Schickrömmelsen. Da kommen wir natürlich nicht drinnen nach, ne? Mann! Kommt der jetzt vorbei vorbei? Ja, das läuft. Fast für mich. Ich gebe dir nix, wenn ich um den Houser, ne? Man wird's nicht mehr schwanger, wenn meine Sterne Calling ein dependence auf den Houser couldst. Man wird's nicht mehr an den Houser, sondern nach dem Houser. Man wird's nicht mehr an den Houser. Ich bin ein Fan von Houser, der mich nicht mehr an den Houser. nicht schön aber selten heile neu, was ist denn der Roma? wir hüpfen eben da rein machen das eben fertig das finde ich schön jetzt doch nicht mehr mit umärgern müssen weil der Enkel abgeschossen ist ich hab's reden vergessen aber liebe Leute ich sag jetzt erstmal danke fürs zugucken wenn's euch gefallen hat dann würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen wenn's euch gefallen hat hier auf dem Chaoskanal wir wollten nix mehr verpassen von diesem ganzen Branden oder Malheur was mir immer so alles passiert dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Tschüss